KickBase Kickoff an einem Montag. Ja, ihr seht und hört richtig, das ist KickBase Kickoff und der wird ab jetzt Montag stattfinden, damit ihr noch einen Tag mehr Zeit habt, die richtigen Leute einzukaufen zum Spieltag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Das ist KickBase Kickoff vor Spieltag 15 und Spieltag Nummer 16. Denn Englische Woche steht an und wir müssen direkt langfristig denken. Langfristig heißt für uns sieben, acht Tage, denn dann ist 2023 Geschichte. Dann ist für viele Manager, die zurücksetzen, heißt es Neuanpackung. Und vor allem auch anders mit dem Geld umgehen, denn wenn Liegen neu starten, komplett neues Budget, dann heißt es wieder Igel in die Tasche und aufpassen, wenn ihr einkauft. Für alle anderen, die nicht zurücksetzen, ist jeder Spieler, je nach Liga, der auf den Markt kommt und punktet, einen kranken Overpay-Wert. Deswegen heute Kaufempfehlung für Spieltag 15 und 16 und teilweise ja auch mit Weitblick zur Winterpause. Wer könnte da ordentlich finanztechnisch durch die Decke gehen? Das Wichtigste zu Beginn, wir starten mit Werder Bremen. Werder Bremen hat am Freitag das Spiel und nächste Woche Dienstag das 18-30-Spiel, also Bremen noch zweimal in 2023, beidemal in 2023, einsehbar vor Startelf-Abgabe. Problem ist, dass Bremen eh nicht so viel rotiert. Das heißt, diesen Bonus, den man vermeintlich hat, aus Kickback-Sicht die Ausstellung einzusehen, bevor da irgendwie eigene abzugeben ist, ist gar nicht so groß. Jung wäre für mich einer, wo man ja teilweise Schiss hat, dass er raus rotiert. Einsehbar jetzt. Eventuell auch die Gewissheit, dass stark beides mal in der Startelf steht. Ich glaube, davon gehen wir alle aus. Trotzdem natürlich immer dieser Bonus. Wir hassen es alle. Kurzfristig muskuläre Probleme fällt da weg, weil wir sehen, die Startelf-Problem ist. Es geht in Gladbach und gegen Leipzig nicht allzu geil aus Kickback-Sicht. Trotzdem können wir auf Profit schlagen, weil der Gegner, Gladbach und auch Leipzig, haben Spieler, die eventuell rein rotieren könnten. Und bei Gladbach gehen wir einmal in den Sturm. Chavanchara schon wieder enttäuscht jetzt. Ranos, eingewerzt zu 80 Minuten, auch nicht überzeugt. Trotzdem, meiner Meinung nach, eventuell Startelf-Chancen. Klar, Chavanchara wahrscheinlich 90 Prozent. Trotzdem, Ranos, wenn er auf dem Markt ist, packt ihn ein. 500k-Spieler könnte eventuell auch steigen, weil weiterhin Minuten bei Gladbach. Und Best Case für dann Ranos-Besitzer, Startelf-Freitagabend ist gleich nicht schön auf gegen Bremen. Und auch einfach mal einpacken, wenn er auf dem Markt ist, Marvin Friedrich und auch Chirodia. Chirodia im Pokal gestartet, eventuell ja eine kleine Rotation wieder angedacht, weil englische Woche ansteht. Startelf-Chancen auf jeden Fall gegeben. Auch wenn ich wetten müsste, wenn Wöber fit ist, macht er jedes Spiel in Chirodia keinerlei Spielzeit. Trotzdem, ihr seht die Aufstellung, es passieren Sachen im Kickback-Sport und ihr solltet Nutznießer sein dann. Eine Woche später geblickt, 16. Spieltag, Leipzig einsehbar, wäre für mich Kaufempfehlung. Dann, wir können komplett durchscoren eigentlich, ich mach's kurz. Cheschko einpacken, Pausen einpacken, weil Openda, vier gelbe Karten, eventuell die fünfte am Wochenende, möglich ist es. Und dann ist 9 Millionen Cheschko auf einmal 20 Millionen Stürmer, 25 Millionen Spieler, wenn er ran darf, gegen Bremen in der Startelf. Außerdem unwahrscheinlich, dass Orban noch Minuten bekommt in 2023. Deswegen Klostermann, Dreierkette gegen Bremen, bestimmt auch eine Variante, einpacken, wenn er auf dem Markt ist. Selbiges gilt für Baumgartner, klar, jetzt getroffen gegen Dortmund, wird sehr wahrscheinlich in der Startelf stehen am Wochenende, als auch gegen Bremen einpacken auf den Markt, 13,6. Und dann auch die Kleinfiecher, so, warum nicht ein Carvalho einpacken, ein Seilwald, warum nicht ein Kampel, ein Lenz? Ey, einfach ins Team holen und was ist, wenn? Ihr könnt reagieren. Dann kommen wir zum BVB, die spielen jetzt in Augsburg und daheim gegen Mainz. Klingt gar nicht so unattraktiv, aus Kickback-Sicht wichtig, Hummels fällt beide Spiele aus, Nutzen ist er da, Niklas Süle, ist er auf dem Markt, rein in euer Team. Außerdem, jetzt schon in der Startelf gestanden, Thomas Meunier. Momentan 3,5 Millionen, steigt komplett durch die Decke. Auch klare Kaufempfehlungen, vor allem, wenn ihr nicht zurückgehen solltet im Winter. Für mich einer, der jetzt noch zwei Spiele macht, sehr wahrscheinlich, weil Süle, IV, Wolf nicht ganz fit, gar nicht so schlecht gespielt, Bench war im Stadion, hat da berichtet. Meunier wohl einer der Besseren gewesen defensiv, bis auf diesen einen Patzer vor Hummels rote Karte. Trotzdem, hier, klar, Kaufempfehlen könnte einer sein, der bei 12, 14 Mio ist, eventuell Ende Januar. Sollte er weiter das Startelf spielen, zweimal. Und ich würde auch weiterhin Jamie Bynogitens empfehlen. Ist es aufgrund der roten Karte früh ausgewechselt worden? Ich glaube, viele Kickback-Manager haben da so ein bisschen Schiss. Ah, wird der vielleicht gar nicht starten? Ich glaube, momentan fast gesetzt. Je nachdem, was gegen Paris unter der Woche passiert. In Augsburg Startelf gegen Mainz Startelf, meiner Meinung nach. Dann blicken wir nach Wolfsburg. Wolfsburg am Wochenende in Darmstadt. Frankfurt attraktiv, dann leider gegen die Bayern. Trotzdem, kurzfristig, Maxi Arnold, fünfte gelbe Karte. Wäre für mich, Nutznießer, Asta, Franks einpacken. 7 Mio, machst nichts mit falsch. Weil in Darmstadt eventuell auch mit paar Rohpunkten vor Bayern verkauft man halt. Dann ist Arnold eh wieder weg. Und bei der nächsten Sperre blicken wir nach Frankfurt. Mamouche gesperrt in Leverkusen. Kein einfaches Duell. Trotzdem, Jessica in Gang kam. Der Stürmer, der ihn sehr wahrscheinlich ersetzen wird. 500k momentan für einen Frankfurt-Stürmer. Nur in der Form, kurzfristig gegen die Bayern. In Leverkusen nicht einfach. Trotzdem in der Startelf wahrscheinlich. Und jetzt Portemonnaie auf, Leute. Union ist back. 3-1 gewonnen gegen Gladbach. Und vor allem offensiv, effizient. Und Union-Fußball so ein bisschen wieder gelebt. Gib mir ein bisschen Hoffnung. Und würde mir Hoffnung geben, als... Jetzt mal aufpassen. Hollerbach. Kaufen. Kaufen. Vollern. Kaufen auf der 10. Schießt die Elfer jetzt. Einpacken. 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 Größte Kaufempfehlung für mich. Im 4-2-3-1. Als offensiver Sechser. Achter agiert. Yannick Haberer. Freiheiten bekommen, weil Rannicke die Rennen abgeräumt hat. Ordentlich offensive Aktion. Rohpunkte gemacht. 926 ohne zu 0. Bonus bei Sieg. Geil. Gibt mir Hoffnung. Würde mir gegen Bochum am Wochenende ordentlich Punkte versprechen. Und dann daheim gegen Köln. Es ist eine Union-Woche für mich. Union-Woche heißt Haberer einpacken. Und auch Juranovic, Leute. Packt euch Juranovic ein. Geil gerohpunktet. Ist für mich jetzt erstmal gesetzt. Aufgrund auch vor allem Viererkette gespielt. Rechtsverteidiger. Geil. Ordentlich offensive Aktion. Und Standards. Immer dran denken. Und es fällt mir jetzt sehr, sehr schwer. Ich bin Hofmann-Besitzer. Und würde euch Amin Adli empfehlen. Ich gehe stark davon aus, dass Hofmann wieder in der Startelf steht. Trotzdem ist Adli momentan der 12. Leverkusener. Der Leverkusener, der am 1. an der Startelf dran ist. Wahrscheinlich so auf Platz 12 gerankt, was Startelf-Ranking angeht momentan. Und Amin Adli für 7,7 Millionen. Als Joker kannst du einen Aufstand für das Geld. Und du hast die Chance, dass er in der Startelf steht. Deswegen klare Kaufempfehlung momentan. Hat auch echt wahrscheinlich die beste Chance der ersten Hälfte gehabt. Für die Leverkusener in Stuttgart. Ist für mich eine Tendenz. Je nach Rotation noch unter der Woche. Das Spiel gegen Molde. Sollte der AR da nicht in der Startelf stehen. Sehe ich Startelf-Einsatz für Adli am Sonntag als realistisch. Kurz und knackig. Das waren die Kaufempfehlungen für Spielerswoche 15 und Englischewoche 16. Es gibt sicherlich noch einige andere Spieler, die ihr auch auf dem Zettel habt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welche Spieler ihr momentan, wenn sie auf dem Markt sind, auf jeden Fall einpacken würdet. Jetzt nicht Joshua Kimmich, sondern auch vielleicht mal ein paar aus dem Hut gezaubert. Leute, danke fürs Einschalten. Gibt gerne einen Daumen nach oben da. Und eine geile, erfolgreiche Woche. Kauft die Leute.